Warum kriegen wir immer nur lausige Aufträge? Ihr solltet den Frieden und die Ruhe genießen, solange ihr könnt, Private. Ach, ich will Blechbüchsen verschrotten. Schluss mit dem Gerede, Flack. Ihr bekommt bald genug Gelegenheit. Oh, wie ist das alles? Oh, je. Sind die Kernkommander? Macht diese Kondensatorkette betriebsbereit. So, wer sind wir? Wir sind... Klar sind wir, Cody. Boah, ja, ist in Ordnung. Spiel kann ein Film was... Oh nein! Müssen wir drüber springen. Ja, ja. So? So? und dann machen wir noch den hier nein so 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 Erfolg So, können wir da eigentlich drüber fliegen? Na bravo Alter Boah, Alter Was schießen die denn da rum? Hier ist der Feind und nicht da Alter Boah, leckt mich am Arsch Was war das denn jetzt? Boah Was ist das? So, jetzt aber Nur ganz, ganz Nein, okay, wir können doch nicht drüber fliegen Ich Also Das heißt Ja, zuerst mal hier Boah, scheiße Also das heißt Den hier Dann machen wir jetzt 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 Den hier Ja Wollo Und jetzt geht's gleich los Ich weiß doch ganz genau Na bitte, der war ja easy peasy So Oh nein Oh Gott, nein Oh Gott, nein Oh Gott, nein Wo müssen wir denn Zielen Müssen, müssen wir eben auf den Kopf schießen Jetzt Toll Oh So Nein Andere Richtung Boah, willst du mich verarschen Nein Nein Boah, hä Also So Na also, bitte Problem, Offilito So Dann machen wir noch den hier Ähm Okay Nein Na, Alter Verdammt, man kann ja nicht mehr anhalten Wenn das Ding sich schon einmal so dreht So Und So Alle Kondensatoren sind aktiviert, General Gut gemacht, Commander Wir übernehmen von hier Sir Wir haben etwas Ungewöhnliches gefunden Was genau? Zwei Lichtschwerter Die schweben in der Nähe von Sektor 4 Eines davon gehört General Kenobi General Kenobi wird sicher erfreut sein, wenn ihr ihm sein Lichtschwert wiedergebt Die Energie sollte gleich wieder hergestellt sein Einen Moment Achso Achso, dann müssen wir K drücken Oder L Ich weiß gar nicht mehr In der richtigen Reihenfolge die Schalter Nein, komm schon, bitte Im Woher sollen wir denn wissen Okay So So Oh, okay, jetzt So Oh Gott Achso, das ist das Ding Okay Das ist hier immerhin wieder Energie Oh, das wird lustig Sehr beeindruckend Das wird mir jetzt nur lustig So und Was? Ey, komm schon jetzt Boah, was bist du für ein So 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 Wir machen jetzt Den hier Den hier So Ah, okay, ja Okay, okay, okay Mitte, links, rechts Okay, also Mitte Links Rechts Rechts So So Wie viel solche Energie An Treiber Anmacher Wie auch immer Müssten wir überhaupt Betätigen oder Oder anschalten Das war ziemlich gut Ja, war's gut Ich war ja Wir sehen auch Ein Jedi Aber So Oh Gott, nein Alter, dann kann's Jetzt ja nur noch Der hier sein Nein So So Links Rechts Mitte Okay Links Bis er hier ist Bin ich fertig Rechts Und jetzt nur noch Die Mitte So Äußerst beeindruckend Meister Windu Ja Ja Was ist das? Ähm Hallo Ja Okay Hallo Hört mich jemand Das ist ein Notfall Bitte antworten Hier ist General Mace Windu Identifiziert euch Hier ist BP 6824 Auf der Thuma 9 Station Ich bin froh Eure Stimme zu hören Sir Switch Ihr seid ziemlich zäh Für einen Weichpanzer Ja Sir Schön euch wieder In Bord zu haben Commander Private Hier ist General Fisto Habt ihr die Positionen Von General Plo oder Kenobi Negativ Sir Ich konnte eine Zeit lang Niemanden kontaktieren Könnt ihr sie finden? Ich denke schon Ja Ich kann die Internenscanner Neu kalibrieren Aber das dauert Deine Mission Switch Position halten Wir kommen zu euch Commander Pons Ihr und Cody Bringt eure Männer herein Und wartet auf neue Befehle Das ist immer noch Eine Rettungsmission Verstanden Sir Danke sehr Bleibt auf der Hut Soldaten Die Separatisten werden diese Station sicher nicht kampflos aufgeben Ach ja